Du bist schon Jahre und Jahrzehnte auf dem Weg der Heilerin, der bewussten Frau, des bewussten Mannes und hast immer noch nicht das Gefühl angekommen zu sein. Immer wieder bist du auf der Suche, weil so eine Unruhe in dir ist oder dich Dinge des Lebens aus der Bahn werfen. Es geht um Schattenarbeit und nicht nur um ein paar Schädchen bearbeiten, sondern um tiefe Schattenarbeit, die aus deinem Herzen entsteht, in Verbindung mit Dimensionswissen, mit Chakrawissen, dass durch jedes Chakra in dir ein eigenes Universum entstehen kann. Es geht durch eine tiefe Verwurzelung bis hin in eine, ja, eine wunderbare Quelle, die aus dir heraus entsteht und das alles gepaart mit Sternenwissen, Dimensionswissen, mit dem Wissen, wer du bist, was dich ausmacht, dass deine Gaben und Fähigkeiten sind. Um das als ganz normale Frau, als ganz normaler Mann, in deinem Leben zu leben, auf die Erde zu transportieren. Das ist Lebensqualität, das ist gelebter Frieden, gelebtes Glück. Ja, ich durfte diesen Weg gehen, ich habe es erfahren. Dieses Wissen teile ich in Rubinenrot. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du dabei bist.